Die Mutter aller Fragen, die mir immer wieder gestellt wird, ich sage, Mensch Holger, warum machst du das? Bist du glücklich? Lebst du das Leben, das du leben willst? Ist das anstrengend? Sag mal, hast du eine Idee, wie ich das schaffe, wie ich das machen kann? Wieso leben einige hier unter den Palmen? Wieso leben einige irgendwie das Leben, was sie sich vorstellen? Die Mutter aller Fragen ist, wie schaffe ich das? Oder wie werde ich erfolgreich? Oder wie verdiene ich mehr Geld? Oder wie werde ich das Finanzamt los? Beim Finanzamt kann ich nicht helfen. Aber bei den anderen Dingen ist es relativ einfach und relativ simpel. Zwei Dinge dazu. Business Rule number one, die ich auch hier wieder in Amerika, glücklicherweise nicht so schmerzhaft, aber auch nochmal leben und erleben durfte, ist, when it starts bad, it will end really bad. Das heißt, wir wissen ganz genau, was für uns gut ist. Und wir wissen ganz genau und wir fühlen das auch ganz genau, was scheiße ist und was wir eigentlich lieber lassen sollten. Beispiel, ihr kennt doch sicher alle noch die Geschichte, übrigens, das war ganz lustig, da habe ich gestern Marshmallows gegrillt mit Keksen und Hershey's Schokolade, bis es mir schlecht wurde. Ihr kennt doch sicher alle noch die Geschichte von dem Frosch und dem Skorpion. Nur als kleiner Reminder. Der Frosch und der Skorpion treffen sich an einem Flussufer. Und der Frosch, natürlich der Natur der Sache, süßer, lieber, kleiner, grüner, knuddeliger Kerl, setzt gerade an und will rüberspringen auf das andere Flussufer. Hat da irgendwas zu tun, ein Meeting oder ein Treffen oder will heiraten, I don't know. Und der Skorpion sagt, hey, hey, Frosch, warte, kannst du mich mit rübernehmen? Sagt der Frosch, hey, nein, 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 sprich mich nicht an, du bist ein Skorpion, du bist giftig, du bist in der Nahrungskette der, der mich eigentlich umbringen will. Sagt der Skorpion, nein, 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 pass auf, gar nicht. Stimmt, was du sagst, aber mache ich nicht, mache ich nicht. Ich bin lieb zu dir, ich will einfach nur auf die andere Seite vom Flussufer. Sagt der Frosch wieder, nein, ganz schlechtes Bauchgefühl, nein, go away, will ich nicht. Bitte, bitte lass das, ich habe meine Erfahrungen gemacht, ich will es nicht. Sagt der Skorpion, hey, Frosch, denk mal nach, stell mal vor, ich würde dir irgendwas tun. Wenn ich dir was tun würde, würden wir, Beispiel, in der Mitte des Flusses, würden wir ja beide irgendwie umkommen, also das mache ich nicht. Ah, da zögert der Frosch noch ein letztes Mal und sagt, ja, okay, komm, spring auf, ich glaube dir, hast ja auch recht. Also, gesagt, getan, der Skorpion springt also auf den Rücken vom Frosch und in der Mitte des Flusses, in der Mitte des Flusses, ihr ahnt es schon, er sticht zu. Der böse, giftige, tödliche Skorpion sticht zu, sticht in den Frosch und der Frosch sagt, hey, Frosch, bist du, bist du wahnsinnig, wir werden jetzt beide sterben, warum tust du das? Du hast mir versprochen, das nicht zu tun und ich habe dir auch wirklich geglaubt, warum machst du das? Jetzt werden wir beide sterben. Naja, und der Skorpion sagt, ja, du hast recht, aber es ist meine Natur, ich kann nicht anders. Und das, was da gerade passiert ist und was täglich, häufig passiert ist, eben die Geschichte über die Natur und über die Natur des Menschen und die ist nun mal so. Wir haben aber Glück und da gibt es Hoffnung, wir haben aber Glück, wir fühlen relativ schnell und relativ früh, was gut für uns ist. Wir fühlen, ob der Deal gut ist, ob die Freundschaft gut ist, ob die Einladung gut ist, ob der Deal, ob die Acquisition, ob der Job gut ist, ob die Partnerin gut ist. Wir fühlen das. I don't know, wie das geht und wie die menschliche Chemie da funktioniert, aber sie ist da. Das nennt sich so allgemein gebräuchlich, nennt sich das unser Bauchgefühl. Der Nachteil ist nur, wir trauen unserem Bauchgefühl nicht. Wir meinen, zwei plus zwei macht vier, weil das irgendjemand mal gesagt hat, aber unser Bauchgefühl hat, nee, ich sollte den Skorpion eigentlich nicht. Also das ist ja kein Streichelzootier und ich habe gelernt, der ist einfach scheiße. Ich sollte das lassen. Und was machen wir? Normales menschliches Verhalten. Wir tappen in dieselbe Falle, machen wieder einen Scheiß-Deal, machen wieder einen Job, den wir eigentlich nicht machen wollen, treffen uns wieder mit Leuten, die nicht gut für uns sind, treffen wieder irgendwelche Entscheidungen, obwohl wir wissen, wie die ausgehen. Der Nachteil ist nur, die Geschichten sind ja lustig und die Geschichten sind auch wahr. Der Nachteil ist nur, wir verlieren Zeit. Ganz, ganz, ganz wichtige, unwiederbringliche Lebenszeit. Das heißt, während wir unsere Erfahrungen sammeln und meistens relativ dämlich immer dieselben Erfahrungen, sind wir, so wie ich jetzt, fast 50. Ich feiere hier meinen Geburtstag nach, wirklich toll, alles großartig, aber Geburtstage sind so eine lustige, so eine lustige Erfindung. Die Geburtstage zeigen uns nämlich immer, dass wir alt sind. Und bei Männern kommt noch hinzu, die Hormone lassen nach und viele, viele andere Dinge auch, wo wir echt unseren Struggle, unseren Fight haben. Und auf dem Sofa lernt man nun mal keine Leute kennen. Also bewegt euch raus und macht nicht dieselben blöden, dämlichen Erfahrungen, sondern warum bin ich hier, warum bin ich für mich gesprochen, glücklich, erfolgreich. Warum ist das so? Das ist so, weil ich dem folge meiner Neugierde und weil ich dem folge, was ich will, wo ich sage, da zieht etwas an mir, die Neugierde, der Mut. Und ich weiß, ich will neue Dinge erleben, neue Erfahrungen machen. Und ich weiß eins, ich meine, das wisst ihr auch, guckt mal auf den Kalender, wir werden nun mal alle nicht jünger. Also was ich euch wünsche ist, abgesehen von der Geschichte, abgesehen von der Wahrheit und Klarheit, die in so einer kleinen Geschichte stecken, was ich euch wünsche, findet etwas, das euch glücklich macht. Findet einen Punkt, wo ihr sagt, Mensch, da hat ein Punkt auf der Landkarte, ein Möbelstück, ein Auto, ein neuer Job, eine neue Freundschaft, ein neues Restaurant. Findet etwas and then go for it. Macht es um jeden Preis, um Himmels Willen. Und Mut und erfolgreich sein, das hat nichts damit zu tun, ob man viel oder wenig Geld hat, sondern es hat damit zu tun, wie kreativ bin ich, wie fleißig bin ich, wie mutig bin ich, wie bissig bin ich, wie sehr will ich diesen Traum. Und schließlich und endlich, Kohle ist ein vorübergehender Posten, ja, Kohle kommt und geht, aber die Erfahrung, die Erfahrung, die man macht, wenn man sich vom Sofa bewegt, ach, hier wohne ich, muss ich eben rein, wenn man sich, die Erfahrung, die man macht, die sind nun mal unbezahlbar. Und jede Erfahrung, die ich mache, sei es in meinem Büro hier in Los Angeles, mir mit Freunden in Palm Springs, whatever, diese Erfahrung sind nun mal unbezahlbar, unbezahlbar. Und sie bringen mich immer wieder, immer wieder zu der Erkenntnis, dass Mut, Fleiß, Biss, Leidenschaft für eine Sache, das sind die Triebfedern, das ist das, was mich antriggert, das ist das Adrenalin, das ist das Oxytocin in meinem Leben. Und das macht so unglaublich Spaß. Und ich werde auch nicht müde, das mit euch zu teilen. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, bewegt euch, macht etwas, schmeißt den Job hin. Um Gottes Willen, wenn ihr morgens mit dem Bauchschmerz schon aufsteht und sagt, um Gott, was ist das für ein Job oder Akquise ist nichts für mich, der Telefonhörer ist 20 Kilogramm schnell. Ja, dann macht es nicht, dann macht was anderes, werdet Schreiner, werdet Maler, werdet Painter. Ja, und wenn ihr dort Doppelaushälfte habt und Angst habt, die zu verlieren, weil ihr keinen Job mehr habt, der das bezahlt, dann findet etwas anderes. Ihr werdet sehen, Chancen findet der, der sie sucht. Und das hat immer geklappt in meinem Leben, immer. Ich bin der lebende Beweis für einen ganz normalen Typen aus dem Ruhrgebiet, der sein Leben lebt und seinen Weg geht und es irgendwie immer klappt. Und irgendwie wird es auch immer besser. Das wünsche ich euch auch. Jetzt werde ich mir hier mal erstmal eine Zitronenlimonade holen, während die mich bei 42 Grad hier im Schatten nebeln, die mich hier so ein. Ja, weil sonst kommt man hier nämlich auch noch um. Seht ihr das da oben? Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft, Mut, Energie, Liebe, Leidenschaft, dass ihr für etwas brennt und dass ihr euch das holt und das Leben lebt, was ihr verdient. In diesem Sinne, stay strong, good hunt, euer Holger. Bis dann.